Oh, da kreischt sie. Einmal, zweimal, dreimal. So, guten Morgen. Fangen wir es mal so in beide Kameras. Guten Morgen. Einmal. Ja, heute ist Dienstag. Der achte, geht los, ganz normal. Erster Auftrag, den haben wir schon. Tami, ich mach dein Obenbrot und sowas, ne? Ja, bis gleich. Na, na. 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 Vielen Dank. Ich zeige es einmal kurz. Kann man nicht mehr mitschalten. Wird erneuert. Einfach zugucken. Guckuck und Steine. Wird erneuert. 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 Vielen Dank. 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 So, gut. Ja. Das würde ich aus dem Rahmen erstmal rausnehmen und mir richtig anschauen. Ich weiß nicht. Okay. 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 Scheiße, war kaputt, 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 kaputt. Wird das Hinterrad rausgenommen, dann wird das zusammen gebohrt und verschraubt, fertig. So machen wir das, mal gucken wie lange das dauert. Okay. 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 Das ist gut. Sollte Was ist denn? Ich darf jetzt wieder genau an der selben Stelle raus wie gestern. Dann ist der Mantel kaputt. Echt? Das kann sein. Also die Weite ist an der Stelle. Aber ich hätte es selber halt verstanden. Ich weiß nicht, dass diese Döne ist. Wenn du aufpumpst und dich dabei so kontrollierst, dass du dein Logo rauskommst. Ich glaube nicht. Das probiere ich nochmal. Der hier ist wesentlich frischer. Na, gucken wir mal. Ja, man muss einen anderen drüben. Gut. 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 Gut, gut. 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 Bist du fertig mit der Pumpe? Ja. Bist du hier? Braucht dich mal. Bist du fertig mit der Pumpe? Bist du fertig mit der Pumpe? Ja. Bist du fertig mit der Pumpe? Einmal? Oder zweimal? Zweimal. Boah, der Weite! Der Weite! Das war's für heute. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 Meine Gute Fakes! Mann, diese Scheiße hier, ey. Das ist doch wahrscheinlich nicht hier vorbeigekommen, ne? Ne. Alles wegen so einem Scheißblech, ey. Oh, ich kotze mich an. Hast du verloren? Mann. Film, Blut. Blut ist gut. So, ich wollte mal kurz aufhören. Ich muss mal kurz erstmal drum machen hier. All right, macho mal einfach. Ich muss hierzesen gehen werden. Seb estamos ein Bonzer. Mann. 言. Ich bin Wiss, nicht hier. Okay. 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 Ich bin Wiss. Sie sind 2015 Komm, Ich bin 12.000. Ich bin 12.000. Ich bin 12.000 Uhr. уш heart Create. 0622.000 Uhr. Ich bin Säkincs spice dir nichts. Nein. atori laughing. Was ist das? Furchtbar wach! Kann man ja geben anbieten so hier, sehr furchtbar! Ich weiß nicht, keine Ahnung! Ich würde gerne anbieten! Ich würde gerne anbieten! Ich würde gerne anbieten, aber ich würde gerne anbieten! Was meinst du denn? Wie breit? Ich würde gerne anbieten! 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 Das ist Nummer 3! Das ist Nummer 3. Das ist Nummer 3. Das ist Nummer 3. Nummer 4. 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 Nummer 5. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 5. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, aber jetzt mal die anderen Jetzt mal die So, ja, nicht so wenig Nicht immer Klar, Ranser Schreibt mir ein bisschen Wie heißt der? Schauen, was das ist Ja, wahrscheinlich finden wir An den Achsmuttern noch korrigieren Also hier, ja? An den Achsmuttern hin Das ist der Achse vom Parag Ja, das ist der Achse vom Parag Ja, das ist der Achse Ja, das ist der Achse Ja, das ist der Achse Ich habe gestern Abend. Ich habe gestern. Ich habe gestern Abend. Ich habe gestern. 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 Ich nehme die Kartusche. Ich habe gestern. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Was ich dir mal gezeigt habe, kannst du dich erinnern? Ja, das ist auch das, was ich dir mal gezeigt habe. Und dann bin ich mit der U-Bahn, weil es war auf dem Marienfeld, in der Wien startet. Was ist das? Die Leute sich um Lächterarbeiten konzentrieren. Nö, überhaupt nicht. Die wieder, wo ist hier alle beruflich? Ist das eine Kette? Nein, Quatsch, ich warte die 500. Ja, ich warte die 500. Und oder? Kann ich das auch nicht machen? Irgendwie. Das kannst du mal sagen, erstens kannst du mich selber ins Profen. Das gibt es ja hunderte. Ja, kannst du da und dann... Dann bin ich, äh, wirklich mit der Fälle, bin ich bis zum Wildenburg schlafen gefahren, bis wo es ist. Und dann habe ich mir den Schrieb noch mal durchgelesen. Darf ich das nicht? Nee, und dann... Scheiße, du bist ja schon drüber. Da kannst du ja immer noch sagen, du bist ja unabhängig davon. Also wusste ich nicht so, hm, wenn du jetzt die Zahl ist, dann bist du einfach raus, oder was? Und dann habe ich mich irgendwie... Ich weiß nicht, dass die mich da jetzt... Ich dachte, nee, du bist krass das Risiko. Bist du jetzt drin, du hast das Geld hin und dann bist du erledigt? Oder sagen die, naja, nee, du bist denn... Also, weil die haben... Ich habe so einen Schlafgefühl, die sind da in ein Schein, wenn ich sage, Ich habe so einen Schlafgefühl zu stehen, zum Wiener zu... Aber den ist nur ein Schlafgefühl. Ich wusste ich auch nicht. Ich habe den Wart gemacht. Und habe dann Geld verbracht. Und... Und... Ich möchte es noch ziehen, ja. Und dann... So ist es Kiengang, ganz schnell. Und... Dann kann man das mal noch machen, oder? Ja, morgen. Tschüss. Und dann sind die vorne gefahren, die alles... Wir waren schon an der letzten 20. Nee. Ja, restaurieren kann man alles. Dann Längermann restaurieren. Komm, ich steig in Dortmund. Das hat neue, 10 Euro gekostet. Das ist nämlich so ein bisschen. Da, 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 restaurieren wir schnell. Ich glaube, ich hatte sogar einen Karten. Das ist ja, warum 10 Euro gekostet. Neue, weil es nämlich sofort nur ein Einreichs. Ja. Ja. Ja, das ist ja... Gute, ich hab das überhaupt nicht mitgekriegt. Bin aus meinem Rausch gepackt, früher. Ach, bei. Ja. Ja. Ähm... Stimmt, da hab ich ne... Da hab ich viel nicht gefallen. Ja. Ja. Da hab ich noch schweige Kopf hier. Ja, da hab ich noch schnell gekostet. Ja, das war eine Krise einfach. Das ist ja Quatsch, das kennt man ja gar nicht. Ja, das ist ja auch in den letzten Jahren. Das ist ja auch in den letzten Jahren vor Ort. Das ist ja auch in den letzten Jahren. Ein Grasor! Ja, das ist ja auch in den letzten Jahren. ... aber da kann nichts passieren. Normalerweise nach sechs Wochen ... ... das ist ja ... ... das ist wunderbar ... ... ja ... ... ja ... ... und liebe Abel ... ... ja ... ... ja ... ... so schnell sind die Gehirn heute ohne ... ... ja ... ... ja ... 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 Morgens um kurz nach Rütteln, so und dann wurde ich hier rüber bis zur Markthalle, dann ist der Kreuzberg hier, dann fahr ich die Werkbahn hoch und dann kommt von links einer und meint also, hey, warum Klaus, du Fahrer? Also denken halt immer alle, was dabei ist. Warum was fahrt? Ja, ich dachte mir, nix so viel übermacht. Na ja, hätte ich was sagen können, ich dachte jetzt so, die Spinnerlei, ich hab mir kurz angeguckt, dachte ich so, nach dem Film, sieht vielleicht, da ist ein Wieselfahrer, dann fahr ich weiter, dann fahr ich weiter. Ja, eigentlich ist jetzt so, wie ist es, jetzt fahr ich zum Regimenten, ich war es dann nochmal auf die Busse. Und dann muss er, dann ist er weg, und dann muss er mich aber verworfen. Und dann muss er mich aber verworfen. Dann weiß ich mich dann, was sie mich dann gestellt haben. Ja, das soll ich schlafen. Ich hab hier abgeschlafen, drei Bullen war sogar. Ja, genau. Ja, und der eine, der von vorne, also es kamen zwei von vorne, einer kommt von hinten. Und der vorderste, ich war, wie so. Ja, der ist nur Post. Komm ich zum Glück. Ja, ich hab mir diese Plätze von Werner, die Bullen. Wo waren die auch da drin? Wir sind neben dem kleinen Auto und dann so nach links. Und die rumgewackelt. Und dann müssen die ja eigentlich wissen, dann müssen wir ja den immer, wenn die aus Kästen auch eine Möglichkeit haben. Weil ich stehe da hin und da hin und da und da an. Und sie wird dann nicht wirklich zu können, dass der Fahrt sicher ist. Und dann so eine, ohne Geschütze aufzufangen, ist völlig unverhältnismäßig. Das ist ja okay. Das ist ja okay. Da ist immer ein Bank doch nochmal. Tschö, tschö. Jo, alles Box. Tschö, tschö. Maris. Maris. Hä? Hoi. Ach so? Biss... ...nach ja, nicht schön. Der höll ist ja noch Roland. Das ist ein schöner Balkon hier, oder? Das ist ein schöner Balkon hier, oder? Die Lieder, die Fahrgarten, da steht einer, weil da steht einer, da steht einer, diese blauen Lieder. Mir ist jetzt aufgefallen, Sonne, Ecke, Weichsel, da ist eine Biokompanie und davor waren immer so 3,4 Fahrradständer. Die sind jetzt weg, das ist bei so Allgemeinplatz, in der Stadt für alle, und jetzt sind dann nächsten drei Städte. Unser Allgemeinbuch verkauft in Tico Schermann ein Stück, ja? Für den nächsten Mal die Herzen, das heißt also, die E-Ausgutung, anstatt die Sozialdemokraten. Um Ihnen das Verkehrsrezept der Zukunft zu gestalten. Hier oben wohl, so schön sind draußen, da war er da. Also hier noch so viele Räder anziehen. Hineinander, die blauen, wie heißt die blauen? Maikau. Und die blauen Räder anziehen. Und die blauen Räder anziehen. Und die überall. Hallo. Wie viel ist das hier? Kannst du mal alles nicht voll, oder? Nee, so ein, naja, so ein bisschen runter, so ein Tierhainter oder so ein bisschen was. Du meinst wie Eis? Oder, ja, Fähne sogar. Das ist so ein italienischer Arm. Ja. Ein Stahlkohl. Ein Italien kannst du kaufen. Hab ich jetzt gesagt. Weil die Italien ist total breit, aber nichts. Und hat sie dann entfernt? Drei Milliarden Stunden hat der Laden. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen kann. Hallo. 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 Was ist denn da draußen? Schöne Unikur. War nicht der Urlaubhof draußen? Ja, ich weiß nicht. Ja? Wie ist denn so dafür? Ja. 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 Ja, das haben wir. Man fragt nicht, wenn die, wenn die Juden anfangen. Ja. Ja, das ist der Wacken ohne. Ja. 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 Die könnte man euch schon nicht durchlaufen. Die könnte jetzt mal sagen. Die könnte jetzt nach Dammel sind ja gar nicht. Die könnte oder Patent sind da. Patent ist schön. Die Ding ist schön. Oh, Patent? Ja, ja, wiss ich. Da war ich, kann ich da sagen, da war ich von 1968 bis, was war denn im Moment, dass ich überlebt? Bis 1982, 1984. Also so, man zählt, da kommt Backersberg ein Stückchen, da ist eine Ortschaft da. Da kommt Längdienst, da genau. Und ich bin dann gerade bei uns. Ich kann weiß, wie ich komme und so. Ich habe gerne gesehen. Aber ich bin jetzt nicht. Ich war mit Kapolen. Also ich habe alles. Wir hatten da, wir kannten da einen Taxifahrer da unten da. Ich muss sagen, ich wurde befreundet. Und da hat ja auch in der Welt, da hat ja auch einen Skifahrer. So können wir mal anrufen dich. Da ist der Erdner-Faktor-Texter. Da war der Mann da trotzdem verstorben. Das tut alles zu sein. Diesmal Italien sind wir hochgefahren. Venedig. Österreich. Bis in Wien. Alles zu sehen. Mit der Art von uns. Mit Ab und Teil uns sehr gefahren. Ja. Ich fand so da wieder ein Kuppel gewesen. Was für ein Auto? So ein alten? Nein, da dritte Mercedes-Jak. Aber natürlich. Aber Mercedes-Jak. Ja. Ja. Das ist ein geiles Auto. Das ist ein alten Mercedes. Also wie gesagt. Da kommt das nicht aus. Ich bin mir da wohin. Und ich habe gesagt, komm, wir haben mir da. Wo wollen sie denn? Und der hat sich dann ausgesucht. Und der Fahrt dahin. Wo hin, wo hin. Und dann. Also. Der weiße Hautkrebs. Ja. Das ist ja. Der weiße, mit dem was. Und dann? In Österreich. Nicht. Das ist vielleicht bei Bayern, bei der ich erst gar nicht. Oh. Hint am Kiemensee. Hint am Kiemensee. Die strecke nach... Ich weiß nicht, was die so aussieht. Im Ernst, ich hab auch noch keine gesehen. Wir sind hier mitten im Smogheim. Allena hat zum Bock gefahren. Was ist mit Wandern? Man kann doch auch diese alte, innerdeutsche Tänze anfangen. Tänze? Ich hab ein Freund, der denkt, das ist ein Männer. Der ist unruhig. Wieso denn? Wieso denn? Wieso denn? Wieso denn? Wieso denn? Das ist ein Männern. Ich hab nicht gemangeln. Ich hab alles da, wo es kommt. Wo ist denn Stippel, Blinker, alles? Ich hab ich auch. Hast du auch ein Boot? Ne, Boot hab ich... Bin ich im Verein drin, gar nicht. Ich hab hier... Wenn jemand ein Auto hätte oder sowas, ja, ist das schön, ich freue mich. Ich hab ja Fahrrad gehabt, ich darf kein Fahrrad mehr fahren, ich hab die Trauma nicht mehr. Weil ich eine Herzoperation hatte, ich bin ja mal in Fahrrad, ich bin ja mal in Fahrrad, ich bin ja mal in Fahrrad, ich war ja schon von den letzten vier, drei Jahren. Da bin ich ja fast gefahren, da haben sie ja bereits ein Auto mitgenommen, da haben sie gesagt, ich bin gelaufen. Das wurde dann auch mein Herz. Hast du ihn? Ja, ja. Also, ich hatte da, es ist mir bestimmt, dass es das Thema ging. Und ich dachte, groß, wenn ich so wieder runter, die wir in den Augen nachkommen, ja. Aber dann, äh, voll toll. Das wird mir nicht passiert, ja, irgendwie wir da im großen Ganzen, ja. Aber doch, das muss ich erzählen, weil wir sagten, die Polizei. Und zwar, äh, war das bei Wälder oder war das bei Karlstadt? Die rennen. Schnellermassen durch. Guckst du mit den Schütteln? Das kann ja noch sein. Dann hast du ein Apparat dafür. Wenn der wollte da passiert, kommt die Feuerwehr rein. Ich geh da durch, und ich geh da durch. Und wenn man, wenn man, wenn man sich kamen, wenn man den geht, ja du. Was piekt dann da so, du hast doch ja nicht gekauft. Alarm, Alarm. Ich sag, du. Dann holen sie, dann holen sie, dann holen sie, dann holen sie einen Funkwagen. Und dann guckt, sag, Papa, nicht zu mir. Haben sie, haben sie geklaut? Ich sag, wieso? Dann sagt der zu mir, dann liegt mal in ihren Rucksack gucken, in ihre Tasche gucken. Ich sag, dann bitte schön. Adel auf dem Boden. Dann sagt der zu mir, hat mein Pieper drin, hat alle Seiten. Dann sagt er, was ist denn das überhaupt? Ganz ruhig, ja, ganz ruhig. Die Polizei sagt, dann können sie auch gleich die Feuerwehr holen. Ich hab ihn ja im Schritt gemacht. Ja, 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 ja. Der Rucksack, wenn jemand passiert. Dann brauchst du ja einen Rucksack, der kommt schon mit Feuerwehr auf so den Aten. Bei denen muss ich nicht denken, ist der wohl so schön. Er läuft ja schon. Das ist der Rucksack. Der Rucksack, der will sich nicht mehr tragen. Aber der Rucksack, der will sich nicht mehr tragen. Aber der Rucksack, 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 So, ja, den Gessen haben wir, war sehr lecker. Jetzt, hier wird's. Nach durch die Arbeit, ja. Ah, den ganzen Tag schleppt sich das so komisch hin, und dann... Ah, ich weiß nicht. Fit da. Fit, fit, fit da. Den Late-Stream hab ich angemacht jetzt. Jetzt auch mal Late-Stream. Fit, na, den wollen wir mal. Gut, na, den wollen wir mal. Oder eine Kamelle. Wunder. Ja, ja. Ja, ja. Schrauben? Ja, ja. Na, na. Ja, na. Ja, das geht noch nicht. Vielen Dank. 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 Das ist ja alles grausam, die Welt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Ja. 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 Gut, dass du gerade nicht trainierst. 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 Dann muss er auch raus. Gut, dass du gerade nicht trainierst. 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 Nicht ein Bikschiff. Ja. Das ist ein Bikschiff. Es ist doch da. Ja. Ja. Gut, dass du gerade nicht trainierst. Gut, dass du gerade nicht trainierst. Gut, dass du gerade nicht trainierst.